Let's get it started! I don't know if that ever happened to you, but if you go through like this, this might happen. Und dann kann man das Tablet als Tennisschläger verwenden. Wow! That's crazy! Und man sieht, die Milch ist angekommen. Das Ganze ist so ein Prototyp. Get up now! Get up now! Get up now! That's insane! Time is here! In real life... What? What? I do that! What I love is watching! I'm you! I'm you! Don't...